Ich finde es nicht lustig, okay? Das ist ungefähr das 15. Geschenk diese Woche. Wird langsam gruselig, oder? Wie ist es in den Spind gelangt? Mir wäre es lieber, er würde mir sagen, wer er ist. Was soll das sein? Ein Oscar? Mit Schokolade gefüllt. Mann, das ist der Traum eines jeden Schauspielers, oder? Wovon redest denn du, hä? Ein Stalker. Das ultimative Accessoire. Nicht jeder sucht so verzweifelt Sex wie du, Anwar. Sid. Nein, er hat recht. Seht euch mal diese Hände. Wund von der verdammten Reibung, Mann. Meine Schwestern, die werden schon misstrauisch, weil ständig die Handcreme verschwindet. Okay. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, dass du heute Nacht flachgelegt wirst. Und ich sorge dafür, dass Handcreme da ist. Bring du nur dein Lächeln mit. Heute Abend, Oscar-Nacht. Gladiator, der Stolker. Nein, im Ernst, Sid, als was gehst du? Als Schwanz aus Longos aus Pappe? So was von peinlich aus. Ach, fickt euch. Wie sieht's aus? Stalky, Stalky, Stalker. Meinst du, er taucht heute Abend auf? Scheiße. Im Grunde könnte es jeder von den Leuten hier sein. Ich meine, wenn er Kellner wäre, würde er kommen als jemand aus einem Film, wo der Stalker gewinnt. Du weißt schon, Joe Grant in vier Hochzeiten oder... Was? In vier Hochzeiten geht es doch nicht um Stalking. Vier Hochzeiten, eine Beerdigung und Hugh ist zufälligerweise überall dabei. Ich hätte Andy McDowell für intelligenter gehalten. Oh mein Gott.